hätte ich gerne darf wieder welche du kriegst du kriegst du kriegst da gib mir das war fast gar nichts was ist los warum macht die idee ok wie sieht es jetzt aus ja 40 fast wieder sehr sehr gut also es fängt sich okay wir haben keine repairpacks das ist doof aber ist dann halt so die kohle aus dem posten steht auch noch das wundert mich wo werden wir angegriffen zwei türme werden zerstört da da war durchgebrochen okay wir haben noch ein magazin das ist unter 40 prozent das ist der nächste engen pass kriegen wir hin wenn der tod ist habe hoffentlich paar sekunden mal keinen angriff damit das licht an bleibt eine königin spuckerin hast du komm mal hier durch oder versuch es wenigstens so nimm das du dreckstück so und ich habe jetzt wieder gute mauern ja weil die roboter nicht geflogen sind hatte ich keine guten mauern zwischenzeitlich ist okay hier sind knödel knödel machen wieder alles kaputt warum warum sammeln da war das dahin garantiert keine stahlkiste baune eisen kisten besonders groß setzt die dahin so sonst habe ich gleich wieder kein stahl wenn ich kein stahl habe jada 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 endloser ratten schwanz füllt ihr euch ja es gibt noch zeichen und wunder 500mj gleich aufpuffer und die sind immer noch nicht alle befüllt das ist jetzt nicht so schön okay okay also da muss ich noch weiter dran drehen wir brauchen noch mehr von denen da müssen noch mehr knochen verbrennen dann wird das hoffentlich gleich was so habe ich inzwischen ein bisschen stahl nö das ist doof dann mach bitte du bekommst erst mal wieder bisschen brennstoff dann haben wir hier die dies rausnehmen wir haben einen der reinlegt wir haben noch da kisten du bekommst ein alles ein habe ich gesagt da du bekommst einen und du bekommst knochen denn kommt oben eine kiste da da kommen knochen rein du bekommst jetzt ein paar mehr davon so wohl lieber die da so dann brauche ich wieder mehr knochen dann reicht das hoffentlich bald mal vielleicht ist das problem jetzt eher dass ich eingestellt habe dass nur zehn dahin kommen sollen deswegen müssen sie durchgehend fliegen äh äh nein okay war ein Versuch wert so du du da unten noch rein die hier halten sie noch einigermaßen okay Puffer ist voll sauber 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 haben wir genug für abgefahrenes zeug zehn Batterien 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 wir brauchen keinen Stahl dafür ich glaube die reichen mehr aber bauen wir mal 23 davon ich will einen schönen großen Puffer haben ich will mehr äh Solarzellen haben okay könnte es wieder gut aussehen könnte es wieder gut laufen könnten wir nicht untergehen Fragen über Fragen und bau diese verdammten Türme her die brauchen wir eh nicht und die brauchen durchgehenden Strom so haben wir noch irgendwo so eine sinnfreie Verteidigungsanlage die für einen Notfall war den Notfall haben wir jetzt schon längst äh da ja weg mit denen ich hätte mir auch früher einfallen können aber es fällt einem nicht immer alles sofort ein weg 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 so okay Wasser Wasser Öl Leichtöl Brennstoffblöcke kommen da hinten an Brennstoffblöcke werden hier eingelagert zusammen mit der Asche den Charcoal da müsste das eigentlich alles langsam gehen gut gib mir Knochen oh Gott so das heißt Knochen da rein da rein achso ist immer ein Stack ja gut was? nein äh so äh gib mir das Zeug da befülle ich jetzt die Öfen nochmal dass die auch schön durch ihn laufen so Rest kann da rein jetzt gucke ich mir die überhaupt mal an 3,5 MJ machen die was? ja das war was ne? aber es kommen mal 3 raus also aus einem Knochen kriegen wir 10 MJ raus und wir haben wieviel? zigtausend Knochen? wir haben noch 15.000 Knochen ist ne Menge Strom aber es wird langfristig nicht hinhauen denke ich das heißt ich sollte nochmal das Ding da weiter ausbauen also noch eine Chemical Plant klar so jetzt 60 MW sehr schön ja also mehr Akkus auch mehr Solarzellen damit tagsüber die Akkus immer voll sind eigentlich bräuchte man wahrscheinlich mehr viel mehr Akkus als Solarzellen anderes Problem wenn ich könnte einfach einen hier unten hin bauen der direkten nur das Ding befüllt ne? Leute was mache ich? also ich hätte gerne von da Bau Untergrundrohr bau dann wahrscheinlich wieder normale Rohr da da runter da hin da runter da hin da muss ich hier gleich gucken äh weil es es passt gut da rein da darf es sich nicht verbinden ne 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 keine Spielchen hier da 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 so was? da hin da hin da hin du machst bitte Brennstoffblöcke aus Leichtöl und zwar sehr schnell ok und die sollen jetzt voll gemacht werden wo es jetzt durchgeht der nervige Angriff ich muss töten du machst nämlich meine Akkus leer die ich so schwer erkämpft wieder gefüllt habe der Königin so der Leserschnecke kaputt so Baumauer da viel zu wenig Lasertürme hier aber ich ja ja doch ich muss welche aufbauen sonst kommt der nächste dicke Typ hier an und wir kriegen nichts gerissen aber nicht übertreiben sonst haben wir wieder hier ne hier Probleme also wir haben es hinbekommen dass die Boiler jetzt alle arbeiten das löst aber nicht das Grundproblem dass die Boiler alle nicht mit 100% arbeiten sondern halt nur mit 50 oder 60% da muss ich immer noch arbeiten das heißt ich muss weiterhin auf die da schielen dafür brauche ich aber viel mehr Stahl läuft Stahl jetzt bitte bitte sag ja ja es läuft nur sehr sehr langsam woran hapert es sind nur du kriegst kein Raum kriegst ich habe hier was gekappt wo kam das Eisen her oh ich habe die gedreht warum habe ich dich gedreht nee so wollte mich alle verarschen also Eisen nee da kam Stahl Stahl kam da raus da kam das heiße Lava Zeug ähm ja ich habe da wohl irgendwo einen Dreherdringer gehabt egal es funktioniert wieder das heißt jetzt dürfte es ein bisschen schneller hier laufen wenn noch nicht so super schnell da wir jetzt aber zumindest zwischendurch wieder Strom haben Bau Solar Panels da wir mindestens zwischendurch wieder Strom haben werde ich jetzt gucken was die die Schmelze unten macht die elektrische Schmelze wo bist du da du hast kein Eisen mehr wir haben wir haben kein Eisen mehr ja nächstes Problem du musst wieder arbeiten du musst wieder arbeiten du musst wieder arbeiten du dann wahrscheinlich auch demnächst ja noch nicht nicht übertreiben alles gut habt ihr eure Module noch drin ja habt ihr das heißt wir werden jetzt richtig richtig viel mehr Strom verbrauchen aber noch hält sich das alles ok jetzt hier hin bau die Akkus so da nein oh das war es schon ok bau mehr Akkus und bau die da irgendwo hier ne ne hier kommen wir später noch mehr Fabriken hin hier zing 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 gut Pritzel Pritzel 2 Giga Joule wird langsam wird langsam ok hier soll ach wir brauchen Quester Chests unbedingt ich habe hier doch alles so komisch hingedümpelt bau davon zwei Stück höher auf die zu bauen blaue Kisten sind viel wichtiger da und da und ihr hättet gerne immer Knochen 200 Stück schrift links noch eine Request caches da schrift rechts schrift links gut ja ja ok jetzt können wir überall umstellen dass sie nicht zehn haben sollen sondern 100 wenn nicht sogar noch mehr damit der Puffer länger hält Also du hättest gerne 200 Knochen, nee, Zeug. So, Schrift rechts. Links, 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 links. Und komme ich da rein? Ja, links, 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 links. Links, 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 links. So, das sind erst mal wieder viele Roboter am Fliegen, Stromverbrauch und etc. Das Ganze hier ist auch nochmal. Links, 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 links. Links, links, links. Da irgendwo durch. Wow. Links, 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 links. Das muss ich da. Ach so, aufladen. So, Strom. Hält sich. Wir haben einen Verbrauch von 38. Wir könnten irgendwie 50 oder so. Uff, wir könnten 8, was? Ach so, wegen den Akkus. Ich dachte schon. Ja, das war ein kleiner Angriff. Ist okay. Stahl. Stahl sieht inzwischen wieder gut aus. Sauber, sauber, sauber. Gib mir noch eine davon. Und die Charcoal-Geschichte hier gut läuft. Wenn sie gut genug läuft, müssten wir es eigentlich auf Strom umschalten wieder. Aber nee. Ich hätte gerne das System hier so vorhanden, dass wenn mal wieder alles schief gehen sollte, ich... Schiff rechts, schiff links. Wenn es wieder alles schief geht, dass ich hier wieder schön so arbeiten kann wie bisher. So, die werden nicht beschränkt. Die werden alle mit Knochen gefüllt. Wie viele Knochen haben wir noch im System? Immer noch 15.000. Okay. Die Burner-Inserter kommen auch super hinterher. Hätte ich echt nicht gedacht. Jo, okay. Was hätte ich jetzt noch gerne? Ich hätte gerne noch mehr Licht. Da, Baulicht. Muster ist momentan mir erst mal egal. Ich will nur hier überall ein bisschen Licht haben. Muster gucke ich mir nachher an. Wir haben eh eine Riesenarbeit vor uns. Die gesamte Basis ist ein totales Chaos. Sieht scheiße aus, obwohl wir es eigentlich gerade alles so gemacht haben, wenn es gut aussieht. Das werden wir alles beheben müssen. Aber jetzt gibt es Prioritäten. Die Basis muss überleben. Die Basis muss Ressourcen produzieren. Sie muss beleuchtet sein, damit ich überhaupt was sehen kann. Und dann können wir nach und nach versuchen, das Ganze zu beheben. Inklusive der gerade von mir vermucksten Beleuchtung. Aber ich habe wieder Hoffnung. Also die... Die zwei Folgen jetzt gingen, aber die zwei Folgen davor, das war wirklich Untergangsstimmung. Ich habe schon gesehen, dass das Let's Play jetzt zu Ende geht. Nur wegen dem einen Patch, dass wir mehr Strom brauchen. Und das wäre doof gewesen. Richtig doof. So etwas mag ich dann ganz und gar nicht. Aber ich konnte mich anpassen. Wenn auch chaotisch. Aber so bin ich halt immer. Aber es geht. Wir kommen voran. Das Muster da gefällt mir. Und wir werden jetzt die Folgen weiterhin beschäftigen, dass Strom erhalten bleibt. Und dann nach und nach wieder in Richtung Zivilisation und schöner Basis. Und dann auch endlich der MK2 Power Rüstung und den Kampf zurück zum Feind tragen. Also bis gleich. Also bis gleich.